Egal, irgendwas müssen wir machen. Lammet, willkommen! Willkommen! Thank you for your follow. Have fun. Untoad. Untoad. Fuck. Fuck. Und tot. Ja. Tot. Tot. Ja. Ja. Schade. Ich gebe dir noch 14 Mann. 12. Na, fuck ist das ein Wichser. Impotent. Impotent. Das ist wirklich... Sorry, aber ich finde, wer Force skillet, ist ein richtiger Fighting bei PvP. Okay, der hat Angst zu verlieren. Komm. Jetzt kassierst du, Alter. Boah, wie du jetzt kassierst. Ach, gib dir... Fuck you. Holy fuck you. Gib dir mir wieder Impotent, Alter. Ja. Mach kaputt und komm. Komm. Gib dir mir wieder Impotent, Alter. Da könnt ich wieder, ne? Da könnt ich wieder. Da könnt ich wieder. Ja, gegen Brzma haben wir alleine keine Chance. Ach, was soll ich? Und jetzt... Also viele wegen Fortress skillen die meistens... Die skillen die meisten viel um, also wegen Fortress, du kannst auf der Homepage einfach umskillen, die sofort als Int machen oder Str und viele skillen einfach um. Das kann man nie sagen, du kannst skillen wie du willst. Gefällt dir der Skill nicht, kannst du wieder umskillen. Von daher, ja, I have no server, I will put it today, later, so ja, server calls good times, that is the server. Sorry, sorry. Ja, ist nice, ist nice. Wegen Fortress skillen viele auf Blader um, weil Blader hält viel, viel, viel aus, deswegen. Und, äh, Sword natürlich auch, wegen dem Snow und, äh, ja. Sobald Fortress ums ist, gehen wieder alle um. Ja, komm mal her, komm mal her, ich geb dir, Alter. Wow, 26, Alter, bist tot, Alter. Hier, get it. Yeah, mal her. Gibt dir, aber richtig, mit Schmackes. So richtig schön viel Schmackes geb ich dir. Okay. 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 Let's go to this heart. Mal gucken, was da so abgeht. Ja, das ist das Herz. Das müssen wir ganz am Ende attackieren, aber leider sind immer noch 40 Minuten, bis wir attackieren können. Leider können wir noch gar nichts machen. Wir können nichts attackieren. Ja, ja. Echt biß. Wir müssen noch diesen Turm kaputt machen. Wir warten nur auf die Zeit. Das ist blöde. Die machen anscheinend nur PvP. Na du? Okay, da wir die Fortress E bekommen werden, ist das jetzt auch eigentlich scheißegal, oder? Ist das jetzt auch scheißegal? Kommt da wieder hin. So. So. Die Fortress holen wir eh. Von daher. Egal. Egal. Komm. Einmal attackieren musste. Ich will auch einen hinstellen. So. Ja, sieht nice aus. Ja, das blöde ist, wir müssen jetzt warten. Immer schön warten, 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 warten. Wer fightet denn da? Ach, du bist das wieder, hä? Ich kann dir nicht anklicken. Jetzt aber. Was? No, wie soll ich das halt so? Alle Bläder rein. Na, switch doch, man. So, jetzt kommt eins gegen eins, Alter. Ich schwöre, ich mach dich so kaputt. Und dein Snow ist weg, gleich weg. Impotent. Alter, gibt der mir wieder Impotent. Wie ich auch jedes Mal Impotent bekomme. Wunderbar. call. Kum. Komm. Ey, sein Snow muss doch gleich aus sein. Der gibt dann hier schon wieder Impotent. Ja, nice. Endlich mal weg. Und frisst das, Alter. Bäm, Alter. Ja, nicht vergessen, Schild reinzutun. Da hast du wieder diese Vorsteppen. Ja, kein Snow mehr, oder was? Block, block, block. Ueli. Da mir wieder... Stump. Stamm! Fall um! Fall um! Fall um! Fall um! Hat er wieder Snow angemacht? Ach, fuck off him! Der gibt mir... Der gibt mir zu viel Impotent. Der macht mich impotent, ja. Der macht mich auf jeden Fall impotent. Wir waren auch nicht voll gebufft. Deswegen. Ja. Der macht mich auf jeden Fall im Himmel. Geräusche. Der lag, was ich zum Beispiel passiert? Der war die Kräfte. Ich war es, zuvegen. Der war ein Spiel. Der wird mich auf jeden Fall verötät. Ich bin fast so... NAH! NAH! Ach, stehen wir jetzt hier? Das ist doch kacke! Das ist doch kacke, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit warten, bis... ne? Bis die Zeit umgeht. Ja! 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 Ja!